Willkommen zu einem Let's Retro, zu Dark Tales, hergestellt von Capcom. Dieses Spiel habe ich gesuchtet als Kind, aber es hat natürlich einen Grund, warum wir das jetzt spielen. Nicht nur, weil ich es mal wieder zocken will, nein, diese Woche erscheint auch ein HD-Remake davon. Und darauf möchte ich mich natürlich einstimmen, indem ich den Klassiker wieder rauskrame. Es war ein sehr tolles Spiel, muss man sagen. Es ist erschienen 1990 in Europa für den NES und für den Gameboy. Und es war Capcoms bestverkauftes Spiel auf beiden Systemen. Nämlich mit dem NES hat man es geschafft, 1,67 Millionen Einheiten zu verkaufen und auf dem Gameboy 1,43 Millionen Mal. Ich muss sagen, das hier ist ja jetzt schon so ein bisschen für mich das HD-Remake, weil ich habe nämlich die Gameboy Advance-Version gespielt, weil ich ja nie einen NES besessen habe. Und wie jeder weiß, hatte der Gameboy keine Farbe und der NES eben schon. Und ich freue mich drauf, das jetzt so in Farbe zu sehen. Das wird bestimmt cool. Das Game ist richtig toll. Es ist bei vielen Best-of-Listen des NES ganz oben dabei. Und es hat auch wirklich viel Lob bekommen, weil es nicht so linear war, weil es einen super Soundtrack hat und weil der Schwierigkeitsgrad auch nicht ohne ist. Aber es ist ein bisschen kurz. Es wird bestimmt mal ein kürzestes Let's Play. Sollten wir in zwei Parts schaffen, außer ich stelle mich jetzt wieder letzte Trottel an. Aber wie gesagt, ich habe es als Kind echt totgesuchtet. Ich kenne noch viele Geheimnisse und so. Würde mich enttäuschen, wenn ich jetzt hier sacken würde. Aber wer weiß. Mal gucken. Man kann sich hier fünf Gebiete aussuchen. Und dort reißt dann Dagobert Duck die geldgeile Ente hin. Und möchte natürlich diverse Schätze finden, um nochmal reicher zu werden. Ja, das Spiel ist perfekt für YouTube-Partner, wie ihr seht. Also eigentlich müsste alles glatt laufen. Wir fangen an im Amazonas. Und so sieht das aus. Wir können springen. Wir können aber auch Dagobert Ducks Gehstock verwenden. Einmal, um an höher gelegene Orte zu kommen. Oder eben die Gegner zu besiegen. Und das mache ich jetzt gleich mal hier mit diesen Donkey Kongs. Ein Ziel des Spiels ist es natürlich, die meiste Kohle zusammen zu kriegen. Also da gibt es auch wirkliche Best-Off-Listen und sowas. Aber, ja. Ich möchte es einfach nur durchzocken und nochmal genießen, wie das so war. Es kommen jetzt schon viele Kindheitserinnerungen hoch, muss ich sagen. Es ist einfach nur cool. Und gerade habe ich auch erwähnt, dass es nicht so linear ist. Ich könnte jetzt nämlich hier nach rechts weitergehen oder da nach unten. Da ich den unteren Weg besser kenne, nehme ich den Weg. Das, was ich gerade eingesammelt habe, das sorgt dafür, dass ich für kurze Zeit unverwundbar bin. Aber ich merke gerade, ich kann es gar nicht nutzen, weil ich euch dieses Secret hier zeigen möchte. Hier unten gibt es ein Secret, aber auch oben. Das oben müsste sogar mehr wert sein. Also hier haben wir Kristalle gefunden und Eiscreme. Eiscreme ist dafür zuständig, dass ich meine Leben wieder zurückbekomme, falls ich verletzt bin. Da oben links könnt ihr das anhand von Punkten ablesen. Bei HP, da steht auch meine Geldanzeige. Und dort oben bei P2, das sind meine Ups. Oh nein, die spinnen. Die sind aber blöd, weil die muss man so austricksen. Und das ist auch gar nicht so einfach, diesen Scheißstock einzusetzen. Vorhin, als ich das Spiel kurz angetestet habe, um wieder reinzukommen, habe ich gar nicht gecheckt, wie ich diesen blöden Stab einsetze. Und das ist eine fiese Stelle, da muss man nämlich kurz aufhören zu springen. Und da habe ich immer als Kind ein Leben verloren. Aber ist auch egal, man bekommt hier eine Torte und einen ab. Das kommt gleich nochmal. Das ist so gemein. Jetzt kann ich es, aber als Kind habe ich da immer verkackt. Ja, was wollte ich gerade erzählen? Genau, für den Stab muss man nämlich B drücken und Steuerkreuz nach unten. Und das ist total verwirrend irgendwie. Warum macht man das nicht nur auf B? Naja gut, muss Capcom wissen. Und ihr habt doch gerade gesehen, wir können auch so Steine wegballern. Oder hier diese Fußbälle. Auch wenn es keine Fußbälle sind, aber für mich schon. Und so können wir dann eben Schatztruhen treffen oder Gegner. Da drüben ist auch wieder ein Secret. Torte, yay. Die heilt mich komplett, die Torte. Und die Eiscreme, die gibt mir ein Leben zurück. Ja, und der Rest ist Geld. Diese kleinen Punkte, die wir da die ganze Zeit finden, das sind Edelsteine. Die geben uns Geld. Und auch diese Kristalle hier. Der ja, der rote, der gibt es sogar noch mehr. Ich muss euch aber gestehen, als Kind habe ich diese Kristalle als Eiswaffeln gewertet. Und jetzt erst vor kurzem, als ich mich über das HD-Remake erkundigt habe, gecheckt. Oh Gott, das sind ja Kristalle und keine Eiswaffeln. Aber es hat irgendwie gepasst, weil ich meine, es gibt Torten im Spiel, es gibt Eiscreme im Spiel. Also warum nicht auch Eiswaffeln? Aber dann wiederum ist natürlich die Frage aufgekommen, warum gibt Eiswaffel Geld? Ja, und dann habe ich langsam begriffen, okay, ich habe da wohl was missverstanden. Scheiße. Ja, die Stelle ist fies. Kann sein, dass ich jetzt sterbe, weil da bin ich so oft als Kind down gegangen. Ich finde das so gemein hier. Oder? Vor allem, weil jetzt kommt diese Stelle mit Quack, dem Bruchpiloten. Es ist schon schwer genug, sich dort oben festzuhalten, weil es hat so geleckt auf dem Gameboy. Hier anscheinend nicht. Cool. Aber dann kommt eben noch so eine Biene und die hat mich so oft in den Abgrund gestoßen. Das würde mich jetzt so abfacken, wenn ich da runterfalle, aber... Okay, was machst du hier? Ich meinte eigentlich nicht dich. Aber das ist halt dann das Spiel, ne? Okay. Oh, super! Weil die andere aufgetaucht ist, konnte die links jetzt nicht geladen werden. Da, die kommt normalerweise. Und zwar genau in dem Moment, in dem man abspringen möchte. Ey, ist ja geil. Weil das NES halt nicht so eine Mega-Leistung hat, konnte es nicht zwei Bienen gleichzeitig laden. Wie geil. Ja, dann haben wir uns diese Stelle jetzt unwissentlich leichter gemacht. Oh, hier fällt alles runter. Nein, 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 nein. Weiter, 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 weiter. Wow, 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 wow. Also ich kann mich noch sehr gut an die Level erinnern. Irgendwo gibt es doch auch so einen Speicherpunkt. Hä, was war das jetzt für ein Scheiß? Aua! Ich glaube, immer wenn man ihn trifft hier, dann ist das gespeichert. Der kann einen sogar noch mal rausbringen aus diesem Level, aber... Warum? Bossgegner gibt es auch. Die muss man eben bezwingen, damit man dann den Schatz bekommt. Du willst nicht zurück in Darkburg, Mr. MCD? MCD McDonalds. Äh, nein, möchte ich nicht. Ich will hierbleiben, danke. Ich habe jetzt auch nur mit ihm gesprochen, weil es da oben... Äh... ...nochmal ein Geheimnis gibt. Schätze! Ah! Geld! Geld! Wuuuuh! Wuuuuh! Oh, das Spiel ist so toll für YouTube-Partner. Einfach nur grandios. Dann... Es ist bestens bei mir aufgehoben. Meint ihr nicht auch? Junge! Nein! Aber ich glaube, wenn man geht, dann kann man zu einem späteren Zeitpunkt auch wieder hierher zurückkommen. Oh! Das habe ich jetzt nicht gecheckt. Ja, komm, das kommt auch wieder zurück. Was soll ich denn da machen? Also, wenn ich jetzt sterbe, ist das extrem kacke. Wow, wow, ich brauche Leben! Ich brauche Leben! Irgendwo gab es hier auch noch mal so ein Unsichtbarkeits-Ding. Also, so ein Unbesiegba... Ah, genau! Gefunden. Weiter, 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 schnell, schnell, schnell. Gibt es hier nicht noch Leben, weil gleich kommt der Boss. Hallo! Alles so gemein! Vielleicht da oben. Nein, das war nur Geld. Hä? Pay 300.000 Dollar to pass through here. Was? Wir haben schon 300.000 Euro? Nein! Wir fehlen ein bisschen was! Oh mein Gott! Wie... Epic fail! Jetzt komme ich hier nicht weiter! Oder? Doch, ich habe gecheatet! Ich Drecksschwein! Weil normalerweise kommt man da nicht hoch! Das ist ja episch! Oh Gott, die alten Spiele, sie sind so toll! Die kann man so nice verarschen! Weil wenn man das nämlich zahlt, dann kommt da so eine Art Aufzug und die hilft einem dann da hoch! Use your cane to defeat the treasure keepers! Achso, ja, den Bossgegner, ja, okay. Oh, wieso ist denn hier nirgends ein Leben, Alter? Das kann doch nicht sein! Mit einem Leben soll ich jetzt den Bossgegner besiegen, oder was? Nirgends Eiscreme, null! Das ist doch verarschend! Vielleicht muss ich hier irgendwo hinschießen! Ja, das war wohl falsch! Moment, geh nochmal runter! Kommt das wieder? Ja, ja gut, aber ich kann das ja nicht! Hä? Gut, dann müssen wir den Boss... Hä? What the fuck? Woran bin ich denn jetzt gestorben? Okay. Ja, jetzt habe ich wieder das gleiche Problem wie vorher. Also, irgendwie habe ich den Eindruck, das Spiel ist auf dem NES schwerer als auf dem Gameboy. Weil ich hatte den Amazonas echt extrem einfach in Erinnerung. Und jetzt lasse ich hier sogar schon ein Leben liegen. Und das Dumme ist, ich habe halt jetzt dieses Unbesiegbarkeitsteil nicht mehr. Und ich habe nur ein Leben, wie immer. Ja, komm, der kommt doch immer wieder. Wie soll ich jetzt weiterkommen? Oh, und alles laggt so hässlich. Ja, wieder gestorben. Super! Ey, wie kacke! Das darf doch jetzt nicht wahr sein. Lauf, lauf, lauf! Oh! Ich musste einfach durchrennen, weil eine andere Chance habe ich nicht. Das kommt nur einmal, dieses Ding. Und die Gegner kommen unendlich oft. Ja gut, die Spinne hätte ich jetzt mit dem Ball zerstören können. Hier muss man halt schnell sein. Oh, wie gemein! Aber jetzt kann ich das zahlen, wenn ich möchte. Möchte ich? Ja, ich möchte kommen. Zeige ich euch, wie es eigentlich geht. So, da kommt nämlich dieses Ding und dann kommt man da hoch. Aber wer sich gestickt anstellt, da kommt auch anders hoch. Ach, jetzt sehe ich es! Die Dinger, die fallen runter! Ja, komm! Wer kann denn das ahnen? Kein Schwein. Vielleicht hätte ich am Anfang leicht auswählen sollen, weil es gibt Schwierigkeitsgrade. Leicht, mittel und schwer. Und es sieht echt so aus, als ist das Spiel auf dem Gameboy einfacher. So, das ist der Boss. Man muss ihm immer ausweichen. Der kann auch so eine Stampfattacke und der bricht dann eben meine Attacke ab. Man muss dann immer springen, wenn er schon am Boden ist. Bist du jetzt mal tot? Alter, wie viel Leben hat der Typ? Fuck! Okay. Oh, wir haben den Amazonas hinter uns. Aber das war übel schwer, Mann! Das hatte ich so gar nicht in Erinnerung, Alter! Dammit! Zwei Ups verloren! Irgendwie traurig. Also, so ein bisschen schäme ich mich jetzt. Aber ich habe eine gute Nachricht. In dem einen oder anderen Level gibt es auch die Möglichkeit, so ein Herzteil zu finden, sage ich jetzt mal. Oder ein Herzcontainer. Und ich glaube, das war sogar schon in Transylvania. Oh, das ist so geil. Das ist so geil. Auch wenn ich gefällt habe. Ich nehme das jetzt mit Humor. Weil das Spiel ist einfach so cool. Transylvanien ist ein bisschen tricky. Weil hier muss man nämlich bestimmte Wege gehen, damit man zum Boss kommt. Also, ich weiß gar nicht, wie ich das als Kind rausgefunden habe zum Teufel. Aber hier irgendwo rechts durch so eine Wand gehen, dann bekam man den Herzcontainer. Und dann habe ich dauerhaft vier Leben. Oh, du Scheißvieh, Mann! Verpiss dich! Leben, Leben, Leben! Komm, komm, komm! Habe ich es jetzt noch bekommen? Ja, anscheinend schon. Aber wie ich das, wie ich jetzt einmal treffen konnte, das frage ich mich schon. War das hier gleich? Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon. Vier Leben! Krass, oder? Ja, super! Jetzt wollte ich gucken, ob da ein Geheimnis ist. Und stattdessen ist da ein Geist, der mir gleich wieder zwei Leben abzieht. Das war ja klar. Also, ey. Scheiße, ich drecksnoob! Also, entweder bin ich total außer der Übung gekommen. Oder ich bin einfach nur der letzte Noob. Ja, noob passt eigentlich nicht. Weil ich habe es ja totgesuchtet. Komm schon seit deinem Leben drin. Ja, gut, das ist ein Up. Ich will aber das gar nicht mehr benutzen. Oh, was haben wir denn hier? Ach so. Hier waren, glaube ich, schon die Spiegel, die mich zum Boss bringen. Wenn ich jetzt den Spiegel nutze, dann komme ich zu so einer Art Minecart-Level. Aber das bringt mich alles nur zurück zum Anfang. Ich glaube, ich muss diesen Spiegel hier nehmen und dann komme ich in den Keller. Oh nein, der dreckige Geist. Der kommt jetzt da hin und wieder mal. Kriege ich noch irgendwo ein Leben? Das war nur Geld. Ich will kein Geld. Ich will leben. Alter. Also, es wird wieder sehr knapp. Ich muss den Geist austricksen. Und dann nochmal. Nee, doch. Scheiße. Was? Der hat mich berührt? Aber ich habe irgendwie noch ein Leben gehabt. Komisch. So, jetzt aber. Der nächste Treffer bedeutet der Tod. Und wir kämpfen gegen niemand anderen als Gundel Gaukeley. Die sollte man auch kennen. Das war immer meine Lieblingsfeindin von Dagobert Duck. Scheiße. Mann, die ist so einfach. Gott, ich bin so ein Noob. Fuck. Ich habe mir das auch vorher nicht mehr angeguckt. Das merkt ihr ja, ne? Ich habe mich darauf verlassen, dass ich das Spiel noch kann. Ohne Scheiß. Als Kind, ne? Ich habe das durchgespielt, ohne ein einziges Leben zu verlieren. Und das, was ich jetzt hier abliefere, das ist traurig. Nichts anderes als traurig. Oh, ich bin so dumm. Komm, Gundel. Du hast nichts zu melden. Wenn sie in ihrer Flugsaurier-Form ist, dann kann man sie nicht treffen. Man muss halt warten, bis sie runterkommt. Und sie natürlich schon vorher abpassen, bevor sie ihren Blitz macht. Aber ich bin so schlecht. Ich war kackt gegen alles. Am besten Dauerspringen. Okay. Aber das kommt mir schon schwerer vor. Boah, ich glaube, die Gegner waren auf dem Gameboy mit drei Treffern schon down. Komm, schon einmal noch. Oh, Gott sei Dank, ey. Mann, war ich jetzt angespannt. Also, wenn ich nochmal gestorben wäre, ey, ich wäre so Depri gewesen. Alter, Schwede. Aber ich glaube, bei dem Level gab es auch eine Mega-Abkürzung, wenn man gleich zum Boss kommt. Irgendwo ganz am Anfang im ersten Screen, da gibt es auch irgendwo einen Spiegel. Ja, das kann ich euch ja nochmal versuchen zu zeigen. Oder? Ach, ich kann das Level nicht nochmal betreten. Schade. Ja, ganz am Anfang ist ein Spiegel. Dann kommt man in so einen Raum mit zwei weiteren und einer von denen ist dann richtig. Der bringt mich dann gleich zum Boss. Irgendwie sowas war das. Und die African Mines, die habe ich so gehasst. Die sind so scheiße. Also, hier werde ich auch auf jeden Fall ein Leben verlieren. Nur zur Erklärung, also Transsilvanien und den Amazonas, den hatte ich als Kitty im Blut. Also, da ist mir absolut nichts passiert. Aber African Mines, da kann ich schon fehlen. Das kann sein. Ah, genau. Da muss man nochmal zurück zu Transsilvanien ganz kurz. Weil man braucht einen Schlüssel. Und den gibt es da oben bei dem Spiegel. Soll ich nur kurz gucken. Genau, sie stand da irgendwo bei dem Spiegel. Oder ist das gar nicht in der NES-Version? Vielleicht gibt es das nur in der Game Boy Advance-Version. Weil ich weiß ganz genau, dass sie bei einem Spiegel stand. Offenbar gibt es bei den beiden Versionen so einen kleinen Unterschied. Und den Schwierigkeitsgrad halt. Ja, so ähnlich wie hier. So ähnlich wie hier. Da ist der Key. Euer Key ist der Skeleton Key. Du meinst. Super. Und zurück. Ah, hier verkacke ich. Das sehe ich doch. Da gibt es nämlich so eine ganz eklige Stelle mit so Fröschen. Da muss man auf die draufspringen. Und nur so erreicht man das Ufer. Das werdet ihr gleich sehen. Das ist so kacke, Alter. Und die sind auch dumm. Hallo. Komm runter da, du Scheißvieh. Haha. Ich will aber den Schatz. Ja, stirb! Was? Ich komme doch nicht mehr durch? What the fuck? Na dann halt nicht. Dann scheiße ich halt auf den blöden Schatz. Moment mal. Die kann ich wegballern. Bam. Oh, Mann. Wie konnte ich nur so naiv sein und glauben, ich würde in diesem Spiel durchrennen? Oder? Ernsthaft? So dumm? Scheiß. Ja, aber nichtsdestotrotz, ich bin auf jeden Fall enttäuscht von mir. Weil ich meine, bei Donkey Kong Country und so, da habe ich ja auch den ganzen Skill behalten. Also warum hier nicht? Naja, gut. Donkey Kong Country habe ich erstens öfter gezockt und zweitens auch, nachdem der NES abgeschrieben war, durch den N64 und so, habe ich es trotzdem immer noch weiterhin gezockt. Und dann kam ja noch Donkey Kong 64. Ja. Ah, hier, bei dem Typen kann man sich aufladen. Das ist mein persönlicher Koch. Der heilt einen. Das ist sehr nett von ihm. Es gibt nämlich noch ein Level, wo man ein weiteres Herzteil bekommt. Das, glaube ich, war der Himalaya. Da kommen wir als nächstes hin. Das muss ich erst mal hier durchkommen. Ja, komm, das Ding war doch schon weg. Schnell, mach das kaputt da. Wenn ich jetzt noch mal nach oben gehen würde, um mich zu heilen, dann, glaube ich, wäre das alles wieder da. Weil leider lädt es den Screen immer wieder neu. Deswegen versuche ich es erst gar nicht. Es wird schon hier irgendwo noch Herzen geben. Ah, warte. Hier gibt es auch ein Secret. Ich erinnere mich da an irgendwas. Man kann da hoch. Ja. Ah, super gemacht, super gemacht. Und was ist da? Bam. Ein Up. Okay. Können wir gebrauchen, so schlecht wie wir sind. Oh, scheiß Dreckspiranierpflanze. Jetzt kommt gleich die ekelige Stelle. Ich kann mich daran erinnern, das kommt jetzt. Oh, jetzt wird es spannend. Da habe ich richtig schlechte Erinnerungen. Genau. Diesen Assi, den brauche ich. Und der kommt auch vor allem nicht immer. Alter. Jetzt kommt er auch manchmal, um mich zu behindern. Brauche ich ihn hier? Scheiße. Ne, ich glaube nicht. Alter. Scheiße. Scheiße. Oh, ist das übel. Oh, ich bin durch, Mann. Yes. Aber ist so krass, oder? Fuck. Alter. War das Spiel echt so schwer? Was habe ich denn für Spiele in meiner Kindheit gezockt, ey? Meine Fresse. Und vor allem, wieso kamen die mir so übel leicht vor? Was sind das für Totenköpfe? Wow, das ist ja voll gruselig. Halt, hier muss man sich ducken. Oh, ich hoffe, ich habe schon so eine Art Safe Point erreicht. Ich will jetzt einfach nur zum Boss kommen. Raus aus diesen African Mines. Aber wir sind schon fast da irgendwie. Weil viel kam dann nicht mehr. Alles so krass. Ich hoffe, euch gefällt das Let's Play. Ich weiß es ja nicht. DuckTales mag ja eigentlich jeder. Würde ich jetzt mal so behaupten. Und das Spiel ist auch toll. Aber ich bin halt voll angespannt. Weil ich habe, ähm... Boah, geil. Hä? Ich will das Leben haben! Betrug! Ja, klar! Verarsche! Und an die Panzerknacker kann ich mich eigentlich auch nicht erinnern. Also, was geht hier ab? Ich habe besondere Ansprüche an mich selbst. Was? Hä? Was ist das denn? Huh? Das gab es in der Game Boy Version aber auch nicht. Also es ist tatsächlich einiges umgebaut irgendwie. Ich glaube, wenn ich dieses Let's Play abgedreht habe, dann kram ich nochmal meinen Game Boy raus. Und zock die Game Boy Advance Saison, um das mit dem hier zu vergleichen. Oh, eine Torte! Super! Komplett Heilung! Jetzt kommt aber auch der Boss. Komm, du Scheißvieh! Ja, war doch klar, dass du mich nochmal erwischst, du Scheißding! Blöde Fledermaus, Alter! Edelstein! Yay! Yay! Und jetzt Kampf! Aber der war einfach. Der macht immer nur so einen blöden Scheiß da. Er macht nichts anderes. Da muss man einfach immer nur gleich, nachdem man ihn getroffen hat, nochmal springen. Und dann kann man ihm perfekt ausweichen. Seht ihr ja. Bei dem habe ich echt überhaupt keine Probleme. Das ist ein Noob. Yay! African Mines haben wir hinter uns. So, Himalaya konnte ich auch noch als Kind. Und dann kommt noch der Mond. Der ist auch noch schwer. Also ich kann eigentlich nur die Mines hier nicht und den Mond. Aber der Mond hat einen sehr, sehr beliebten Soundtrack. Also das Spiel ist sowieso toll mit dem Soundtrack, aber der Mond-Soundtrack, den listen viele als sehr, 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 sehr gut. Wenn ihr ihn noch nicht kennt, dann seid gespannt. Die letzten beiden Level kommen im zweiten Part. Ciao!